So, herzlich willkommen, servus und privet zu einem neuen AWP, Let's Play CSGO Video, für mich Gregor Winterlandschaft. Ich spiele mit meinem Freund Andi eine Runde. Da ist er schon. Ja, schaut jetzt die Map ein bisschen an. Die ist nämlich cool, also da habe ich ziemlich viel eingebaut, quasi Bilder und so weiter. War eine harte Arbeit, muss ich das sagen. Hm. Es ist quasi ein Zimmer und da, ja, es ist nicht mein Zimmer, aber halt so ein Zimmer nach meiner Wunschvorstellung irgendwie. Es hat eine Weihnachtsmap, deswegen ist da alles weihnachtlich hergerichtet. Ja, das ist die Parallelwelt, müsste ich. Und ja, die drei kennst du sicher schon. Fang mal an, oder wollen wir uns jetzt erst die Bilder uns anschauen? Ja, komm, wir gucken auf die Bilder. Ja, okay. Wenn du Fragen hast, hast du nur her damit. Hast du die Jahreszahlen da oben nur willkürlich ausgelebt, oder? Na, das sind, da haben wir so einen Streamer mal gemacht, ich und der Heiko auf unseren anderen Kanal, dann zu unseren Zweikanal und da haben wir das Thema gehabt. Was würde passieren, wenn wir wieder als 13-Jähriger aufwachen würden? Aber mit dem Wissen von heute, was würde man anders machen und so weiter? Okay. Ja, kannst du mal auch anhören, wenn du willst. Aber am meisten, am meisten hat mich gefreut, dieses Stream über Parallelwelten. Da haben mich und Heiko darüber eineinhalb Stunden lang diskutiert. Hm. Ja. Das hat das Logo. Ja. Hab ich gespielt gehabt. Überall hab ich Geschenke auch gemacht, an meine Freunde, Familienmitglieder und so weiter. Da auch ein Heiko, wie du siehst. Hm. Interessant. Ja. Schau mal, was ich da gewonnen habe. Da war ich auch stolz drauf. Nikolaus 2015. Da. Ist los da drüben, ist brieflos. Was hast du da gewonnen? Dann schau mal hin. Genau. Leider nicht, aber nicht wenig. Schau mal hin. Gucken wir gerade auf das selber. Ja, ne? Da, da. Ja. Unter den Wattida. Unter den Pokémon. Ja. Ja. Kann aber dort kaum etwas erkennen. Ich erkenne schon. 500 Euro. Echt? Ja. Na, so super. Ja. Schauen wir uns noch weiter Bilder an und da machen wir richtig. Komm mal, wir geben Gas. Okay, dann geben wir Gas. Musst schon weg, oder wie? Das ist zu krass. Ja, da kommt bald was. Wenn ich mein Buch veröffentlicht habe, wird auf dem Kanal endlich was gemacht. Ach, da sind noch andere Kanäle als bei mir. Ja, genau. Zweitkanal. Ist auch noch nichts drauf. Da ist auch noch nichts drauf. Go, go, go. Ja, da ist es zu weinen. Sack, Mann, Gott. Haha. Das Sakramenten-Hoi. So von Österreich. Ich hab's recht. Oh, da war ne Schicht. Warte mal, bei euch nicht? Sock mal, manche mal, ja. Ist das live? Dafür kriegst du eine Verwarnung. Der hat sie gesehen. So, eigentlich gar nicht so der AWP-Mensch. Oh! Ah! Schade! Ich hab aber auch noch ein paar Schalke. Och, der Tissen. Die Welt ist eigentlich nicht schlecht, weil ich diese vielen Entulse von außen durch die ganzen bunten Farben des Zitieres erupiert. Das ist ganz cool. Das ist ja ein fiktives Zimmer. Da habe ich alles selber gemalt und so. Natürlich die Fotos habe ich schon fotografiert, aber sonst... Gemessert. Ich würde zweifach suchen. Ich kann mich hier aufstellen. Mann, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Du hast gut Glück, man hat es grob. Hm. Hm. Push, push, push! Das war noch gut. Hm. War auch ganz zu verfehlen. Ja. 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 Ich hätte den 316 mal versonnen. Haha. Ah, schade. Ich hätte die fast umgebracht, schade. 15 AP. Ja, 15, das auch hier noch. Hm. Ja. 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 Da. Ja. 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 Gebil hat es. Das tut weh Wo haben wir ein Messer? Ja, okay Jetzt geht es um die Wurst Ich habe eine Idee, warte, noch nicht schießen Wir machen es jetzt folgendermaßen Wir machen jetzt ein Abp-Roulette Du gehst da rüber, geh da rüber Auf die andere Wand Ich geh da hin, da rüber Warte, mach uns oben, ist gescheiter Oben sehen wir besser Geh mal hoch Dann machen wir es da Gehst da rüber, da rüber Weißt du wie ein Roulette geht? Also hast du nicht schön gezockt, oder? Es geht so, ich sage ohne alles Einfach durchlaufen und du musst Also bleiben, aber nicht mit der Maus verziehen Sondern einfach so bleiben Und wenn du glaubst, du trist, mich schießt, okay Auch nicht gehen Nicht verziehen Und so bleiben Und ich renne da so umeinander Falls du mich trist, dann Genau Falls du mich trist, ist vorbei Und falls nicht, dann bin ich dran Okay Und du machst das selbe, okay Ich lasse den Vortritt Also weißt, wie es geht, oder? Ja Okay Okay, jetzt komm ich Na, nicht antäuschen, ohne alles, habe ich gesagt Also einfach nur laufen Genau, hin und her laufen Okay Man kann es auch mit antäuschen machen Und mit ducken und so Aber das will ich nicht Und es ist zu schwer Muss man dann halt immer sagen Wenn man das machen will Und chill Oh, die Wunsch Hast du eigentlich mit Scope gemacht? Ja Ich habe Ich habe Na ja, jetzt sagen So ein Noskop wäre es eigentlich gewesen Egal Ja, vergessen, Entschuldigung Kein Problem Gut, dann muss ich sagen Jetzt lassen wir jetzt wieder die Map Dann machen wir die nächste Zeige euch der russische einmal Das war's, liebe Leute Tschüss, lieben Tschüss, los wieder Dann ja So Tschüss, liebe Leute Muito Auf Deanti Auf Was Auf